Ave Maria, Grazie plena. Dafür, dass ihr hier eine Talkshow seid, macht ihr euch ganz schön viel kaputt. Welches Kostüm hat der Chat heute für dich ausgewählt? Das ist euer Scheißernst. Ja, ihr habt es jetzt gesehen, also es gibt eine neue Show, jetzt im November, erst mal vier Folgen, jeden Samstag, 20 Uhr, NostarafuTV Ghost Prankshow. So ein bisschen Interview, so ein bisschen Rumtrollen, so ein bisschen Chaos, so ein bisschen viel Zuschauerinteraktion. Ihr könnt da quasi aktiv bestimmen, was passiert und welche abgefuckte Scheiße passiert. Schaut vorbei, heute Abend 20 Uhr, schreibt es euch ins Handy rein und kommt einfach mal vorbei. Ihr werdet es nicht bereuen. Extreme Talk. Richtig geile Sache. Revolutionärer Shit auf Twitch. Und ihr könnt dabei sein. Ihr solltet dabei sein, denn wenn ihr dabei seid, dann wird es noch geiler. Memes werden gerne auch von euch erstellt und am Ende dann mit dem Gast angeschaut. Der Gast in der ersten Sendung ist David Heim. Wie geil ist das denn? Ich freue mich auf jeden Fall. In Zeiten von Corona können wir trotzdem hier so ein bisschen gute Laune verbreiten und quasi kriegt ihr jetzt jeden Samstag ein extra langes NostarafuTV Video, wenn man es so will. Keine Sorge, neue Videos kommen auf jeden Fall auch irgendwann. Corona halt. Ist ein bisschen kritisch. Man kann jetzt gerade nicht so ganz auf die Leute zugehen. Ich habe da trotzdem ein, zwei Ideen und Sachen in der Pipeline. Also da kommt was. Aber jetzt erst mal jeden Samstag Extreme Talk. Wie geil ist das denn? Nice Gäste, nice Moderatoren. Ihr werdet ja bestimmt auch Kalle mal wieder ausführlich sehen und den könnt ihr da so richtig, so richtig nah sehen. Kurz gekotzt. Das war's, bevor ich jetzt hier ersticke. Guckt den nächsten Trailer noch und folgt jetzt dem Kanal. Bis heute Abend. Ciao und bis zum nächsten Video natürlich. Wollen wir unsere Reichweite nicht mehr irgendwie nutzen, um auf irgendwelche gesellschaftlichen Missstände oder so aufmerksam zu machen? Nee, lass lieber was kaputt machen. Okay? Hallo. Willst du auch was kaputt machen? Hast du meinen Bobby-Tag gesehen? Um... Um... Ich Gell Abonni Ass